Minecraft Version immer noch 1.6.2 Eine Welt, in der normale Physik keine Anwendung findet. In der Berge in der Luft schweben, Blöcke einfach stehen bleiben, wo sie sind. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Wieder einmal haben wir zwei Kandidaten gefunden, die gegeneinander antreten werden in einem Rennen auf Zeit. In unserer heutigen vierten Episode von Mindfactor. Hallo und herzlich willkommen zu Mindfactor Episode 4. Und wir haben ein paar News mitgebracht. Wir sind jetzt umgezogen auf einen Hoster-Server. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt. Also wir machen das nicht mehr jetzt so Hamachi und so ein mäßig. Ne, Hamachi war drauf. Ich habe keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall jetzt umgezogen. Und nachdem Proto meine vierte Map hochgejagt hat, haben wir sie neu aufgebaut. Und nochmal verbessert. Und ja, wir hatten eine... Also ich kann im Hatten reden, weil ich weiß ja schon, wie es weitergeht. Aber egal. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben ein paar Infos noch später. Das zeige ich am Ende. Ein paar Outtakes haben wir diesmal sogar, weil irgendwie lief für Folge 4 alles schief, was schief laufen kann. Also bleibt dran, habt Spaß. Und ich würde sagen, wir gehen wieder zu den Kandidaten. Bruder und Schwester diesmal. Das wird interessant. Los geht's! Oh, und da lang. Und hier haben wir unsere erste Kandidatin. XX Schokolade XX. Sie läuft auf in einer wunderschönen Jeans mit einem karierten Pullover und superschönen blonden Haaren und grünen Augen. Ist sie etwa ein Super Saiyajin? Wir werden das herausfinden. Und als Premiere das erste Mädchen in Mindfactor. Unglaublich. Und hier haben wir Basti Apple. Apple Basti? Ich bin jetzt... Basti Apple. Und zwar in einem Link-Kostüm. Und zwar das Wasserkostüm. Dieser scheiß Wassertempel. Ich erinnere mich wie gestern. Es ist so lange her. Aber es tut immer noch weh. Egal. Hallo, Basti. Ja, hallo und herzlich willkommen, Basti. Unser Link-Verschnitt. Und Schokolade in Mindfactor Episode 4. Wie geht's euch? Wie steht's? Ganz gut. Ja, mir geht's auch gut. Sehr fein, sehr fein. Wie seid ihr auf Mindfactor gekommen? Das interessiert mich jetzt mal. Ich hab das... Also ich hab dich abonniert. Und dann hast du das rausgebracht. Ich hab's geguckt und er hat's durch mich gesehen. Ja, richtig. Sie hat's mir gezeigt. Okay. In dem Moment, wo deine P.N. kam. Ach, in dem Moment, wo die P.N. kam. Das ist ja praktisch. Ja, genau. Aber ich kannte dich auch schon vorher. Mob Squad und so. Mob Squad. Das find ich aber richtig gut. Ich guck, ich guck, ich guck. Ich guck, ich guck. Ich guck, ich guck. Was man noch mal dazu erwähnen müsste. Die beiden sind Bruder und Schwester. Dun, dun, dun. Also ein Battle der Familie wird hier stattfinden. Übrigens, Schokolade ist das erste Mädchen, was in MyFactor mitmacht. Ja. Leider darf ich sie nicht anbaggern, aus gesetzlichen Gründen. Also, Basti, was geht? Ach, scheiße, darf ich auch nicht anbaggern? Was los? Also, in der Truhe hinter euch findet ihr ein bisschen Fleisch. Glaubt mir, das werdet ihr brauchen. Ey, Jungs, Jungs, wo seid ihr? Ich klaue unser Fleisch. Guckt mal, ich klaue unser Fleisch. Okay, so. Habt ihr denn die anderen Folgen schon gesehen und wisst, was auf euch zukommt? Ja, eher nicht. Ich schon. Ich hab mir sie eben angesehen. Aha. Aha. Er wollte dich framen. Er wollte dich framen. Ne, sie wollte dich framen. So rum. Klatsch, Alter. Los, klatsch, Alter. Nein, nein, mach das nicht. Alter, Alter. Ganz ruhig. Oh, 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 oh. Keine Gewalt. Keine Gewalt unter Geschwister. So, wir gehen jetzt erstmal los und losen aus, wer von euch beiden anfangen darf. Warum ist die Truhe gerade von alleine auf und zu gegangen? Echter? Man weiß es nicht. So, dann kommt mal raus. Ihr dürft jetzt den... Ja, okay. Okay, ich find ich lustig. Die alle stellen sich immer auf die Steine drauf. Ja, aber das war lustig. Okay, dann darf einer meiner lieben Mitarbeiter mal den Schalter betätigen, damit wir herausfinden, wer zuerst anfangen darf. Und, äh, ja, los geht's. Okay. Ja, das war ich. Okay, okay, du warst das. Was ist da mit random? Ja, ja, das ist eine 50-50 Chance. Das ist klar, dass das ein bisschen... Dreimal ging meins hoch. Dann kommt es halt ein bisschen öfter. Okay, das war's. Und dann, auf zum Parcours. So, los geht's. Ja, und hier sind wir in Folge 4 bei dem Parcours. 4 von mir designt. Von Proto mehrfach zerstö... Hast du irgendwelche Spackkorn, Filly? Ähm, von Proto zerstört und, äh, dann wie... Ah, da hatten wir einen kurzen Kameraausfall. So was passiert, ist alles live. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Also, Proto hat sie kurzweilig zerstört. Und jetzt wollen wir es nicht länger in die Länge ziehen. Und, äh, hier werden deine Kenntnisse über Minecraft gefordert, diesmal über die Physik und so weiter. Aber wir haben ja schon im Outtake schon gesehen, dass du wahrscheinlich den Weg schon geknackt hast, den wir uns hier abeinfallen lassen. Also, meine Stoppuhr ist aktiviert und bereit, wann immer die Tür aufgeht. Du kannst freiwillig starten. Oh, die Farbe ist weg. Oh, schlimm, schlimm. Was für eine Farbe? Ist egal. Ja, das war mal falsch. Oh, okay. Er liest sich nochmal das Schild durch. Er lässt sich Zeit und so. Ich weiß, er kennt mich nicht auf Schauspieler. Ach so, Schauspieler. Ach, guck mal, das Wasser fließt. Das Wasser fließt wieder. Eben in unseren ersten Aufnahmen ist es nicht geflossen. Also, unser Basti soll den Minecraft-Turm erklimmen mit Hilfe der Minecraft-Physik. Dauert mir zu lange. Und dauert ihm zu lange. Mal gucken. Ja, sieht so aus, als hätte er unsere Denkaufgabe gelöst hier. Er nutzt jetzt die Minecraft-Physik und schummelt. Um es mal ganz einfach zu sagen. Hoffen wir mal, dass deine Schwester auch so schlau ist. Da bin ich schon mal sehr gespannt. Da könnte ich jetzt von einfach an schon mal Nein sagen. Das ist ja ganz schön un... Was machst du denn da? War hier oben nicht das Loch? Hier oben war doch so ein Loch hier. Ich bin runtergefallen. Äh, nein. Hier ist noch ein Loch. Musste ich nicht gehen? Nein. Ja, wo muss ich denn dann hin? Ja, wärst du drin gewesen, wüsstest du es. Ich würde mich mal umgucken. Oh, er verschwendet kostbare Zeit. Das ist... Das ist hart. Ach, darüber ja läuft. Ja, er hat zwar die Denkaufgabe geknackt, aber das logische Denken hat dann ein bisschen versagt. So, hier muss er sich einen Pfeil und einen Bogen nehmen und auf die Zielscheibe schießen, die wir hier unten haben. Sich vorher eins der Vierecke dort unten aussuchen und er muss den Pfeil während des Fallens, den Pfeil während des Fallens auf die Zielscheibe schießen. Je näher der Pfeil nicht in der Mitte ist, desto mehr Strafsekunden bekommt er. Die wird sich einer meiner Kollegen aufschreiben. Also im Fallen, ich kann jetzt nicht abschießen. Nein, im Fallen sollst du schießen. Ich bin gespannt. Aber denk dran, du musst eins der Vierecke dort unten treffen. Und er ist in eins gekommen. Ich hoffe, einer meiner Kollegen hat den Weg. Du musst schon hier unten rein. Ach so, ja, ja. So, er hat natürlich aber leider das Falsche gewählt und ist jetzt im TNT. Ähm. So. Also, wenn du einen Fehler machst, explodierst du. Läuft. Läuft. Ach, du schreitst einfach durch. Ich weiß schon. So läuft das mal. Ich folge dir unauffällig. So, jetzt soll er hier im zweiten Hindernis den Knopf aus der Truhe finden, in einer dieser Truhen finden und die Tür öffnen. Ach, die Truhe ist eh woanders. Äh, okay. Das wäre viel zu leicht, oder? Also, ähm, du bist bei 2,26. Wir waren mit dem ersten Testrun schon fertig mit unserem Beta-Spiele. Ja, läuft. Ja, sag ich doch. Hier ist immer alles eine Kiste. Äh, nein. Das sind die Kisten. Der Knopf ist hier irgendwo drin. Ja, läuft. Intelligenz. Hättest du mal genau hingeguckt. Ach ja, Jump'n'Run, das geht klar. Jump'n'Run ist immer da. Jump'n'Run geht klar. Oh, ich bin nicht in die Lava gefallen. Der Hoster fällt in die Lava. So, Jump'n'Run. Also, wir sehen, das macht er ganz ohne Probleme. Hat auch gar keine Angst vor der Lava, die ihn wirklich töten kann. Unsere Wand des Wissens sieht heute ein bisschen anders aus. Die Frage lautet, wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Antwort A ist 9 und Antwort B ist 8. Nur, eine ist richtig. 8. Das musst du entscheiden. Achso, ja, okay. Ah, ist mir schon die Lava gefallen. Also, heute habe ich die Krooge raus. Wähle eine Lore. Egal welche. Wähle eine Lore. Genau, dann kannst du dir frei selbst aussuchen. Und los geht's. So. Und er hat sich eine ausgewählt. Es sind drei Loren. Jede hat eine unterschiedliche Länge. Huch. Oh. Und nur eine führt schnell zum Ziel. Die andere nur so mittelmäßig. Und die... Oh nein, nein, nein. Alter, heute habe ich es echt mit der Steuer. Meine Kandidaten hauen mir ab. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja alles leid. Oh, ich glaube, der Weg ist nicht so schlecht. Er hat die mittlere Lore gewählt. Ah, das sieht nicht so. Was ist das? Ja, das weiß ich nicht. Ich muss es mal ausprobieren. Oh Gott. Renn um dein Leben stand auf dem Schild. Er muss den Turm erklimmen. Ja, läuft. Ja, es ist alles machbar. Wir haben alles getestet mehrfach. Ja. Wie immer. Nein. Oh. Jetzt solltest du ein bisschen Fleisch zu dir nehmen. Weil wenn du fällst, kannst du sterben. Und es gibt keinen Respawn. Ach. Läuft. Er geht auf Risiko. Ich habe zwei Herzen verloren. Oh. Das weiß ich doch nicht. Bring ihn auf die Druckplatte. Genau. Und jetzt unser Pokéball. Funktioniert. Wunderschön. Und es ging voll in die Hose. Goal. Und stopp. Jawohl. So. Du hast gebraucht für die Strecke. Sage ich dir nicht. Das war dein Run. War lustig. Mehr als 2,6 oder? Das kann ich dir noch nicht sagen. Das ist ja in der Siegerehrung dann immer so überraschend. Ach so, okay. Wenn du willst, darfst du jetzt hier auch in deinem... Ah, totspringen. Meine Schwester hat Gay in den Chat geschrieben. Gay. Okay. Dann werden wir sie gleich nochmal mahnen. Okay. Willst du springen oder nicht? Kannst du dich entscheiden? Kannst du jetzt nochmal was zu den Zuschauern sagen? Er springt gleich mal. Alles klar. Er springt gleich mal. Okay. Wir gehen rüber zu Schokolade. Wir kommen. Okay. Wir sind jetzt da. Und... Hallo Schokolade. Hallo. Du springst auch so komisch durch die Gegend. Ja. Ja, wir hatten gerade wieder technische Probleme. Das ist nicht so... Also, wie ich eben schon erklärte. Deine Zeit läuft, sobald die Tür aufgeht. Und deine Denkmuskeln sind gefordert hier. Deine Minecraft-Kenntnisse sind hier gefordert. Und ja. Ich würde sagen, leg los, sobald du willst. Und du kannst ja nochmal deine Nachricht an deinen Bruder wiederholen. Weil die fand ich sehr lustig. Er stinkt hart nach Magie. Und das ist liebevoll. Das glaube ich nicht. Okay. Wann immer du bereit bist, kannst du loslegen. Die Zeit läuft, sobald die Tür aufgeht. Oh, jetzt geht's los. Jetzt wird spannend. Hoffentlich läuft diesmal alles glatt. Die Tür läuft. Äh, die Tür ist offen. Und los geht's. Erstes Hindernis. Turm erklimmen. Mal sehen, wie sie das löst. Interessant. Ich war viel zu blöd dafür. Ich hatte die Idee zu diesem Turm. Aber irgendwie ist mir das dann... Habe ich's nicht hingekriegt so richtig. Unsere Beta-Spieler haben das auch so gemacht. Dein Bruder hat's auf eine andere Weise gelöst. Mal gucken. Das wirst du ja dann in der Folge sehen. Aber er wird das wahrscheinlich nochmal spoilern. Nachher wird das dir reinreiben. Aber das läuft schon mal sehr gut. Und jetzt musst du... ...mit dem Pfeil während des Pfeilens auf die Zielscheibe schießen. Je näher du in der Mitte triffst, desto weniger Pluszeit bekommst du. Aber musst dir vorher natürlich... Im Pfeilen, im Pfeilen, nicht im Stehen. Ach so. Ich hoffe, meine Helferchen stehen schon unten bei der Scheibe. So. Hast du dir vorher einen Viag ausgesucht, in das du reinspringen willst? Ja. Okay. Und los geht's. Uh. Es war sogar das Richtige. Keine Strafsekunden. Jetzt musst du aus der Truhe einen Knopf finden, um die Tür zu öffnen. Alles ein bisschen zeitaufwiegelig hier. Mal sehen, ob sie ihn schneller findet als ihr Bruder. Tatsächlich. Und jetzt noch mal... Äh, blöde Tür. Was? Ah, sie verbrennt. Aber sie wird zurückgesetzt. Ja. Was macht mir jetzt? Basti hier. Ja, das war bei uns auch der Fehler. Ach, nein. Das darf doch nicht was sein. Motor. Oh je. Das kann doch nicht sein. Ich stoppe die Zeit. Ich stoppe die Zeit. Ich stoppe die Zeit. Und dann geht's an der Zeit weiter. Ah. Darf doch aber nicht wahr sein. Alles organisiert. Das verstehe ich jetzt gar nicht mal. Kommt der denn hier hin? Ja, das verstehe ich gerade eigentlich auch nicht. Ja, das ist gut. Kein Problem. Kein Problem. Dann ist... Dann... Das liegt an diesem Random... Der Random-Scheiße. So. Jetzt muss ich mir kurz ne Notiz machen. Ach, fu... Die Zeit habe ich rechtzeitig gestoppt. Ich ziehe da nochmal drei Sekunden ab. So. Okay. Und jetzt geht es weiter und... Äh... Runde... Nein, Stopp und Reset. Und okay. Auf die Plätze. Fertig. Los. Und weiter geht's mit dem Jump and Run. Ist das schwierig für dich? Oder... Nein, geht eigentlich. Okay, man darf gespannt sein. Hier hat dein Bruder einiges an Zeit gut gemacht. Eigentlich dachte ich, die Leute würden hier mehr fallen, aber... Vielleicht bin ich nur einfach zu schlecht für sowas. Und sobald du das geschafft hast, geht es zur Wand des Wissens für dich. Wie viele Planeten hat unser Sonnensystem? Neun oder acht? Oh. Die wissen das alle. Vielleicht war die Frage doch nicht so glücklich gewesen, wie Proto sagte. Jetzt darfst du dir eine Lore aussuchen. Sie haben alle verschiedene Längen, wie sie zum nächsten Hindernis kommen. Oh. Also, die macht ihren Bruder fertig, Jungs. Die macht ihren Bruder fertig. Und jetzt... Du hast die richtige Lore genommen. Das war der schnellste Weg. Bisschen schade. Und jetzt renn um dein Leben. Und sie erklimmt den Turm. Die macht das voll easy. Ich werde verrückt. Übrigens, ich bin zu blöd zum Leitersteigen. So. Die springt auf die Plattform. Jetzt warten wir. Pokéball, los! Ja. Warte, bum 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 bum. Stopp! Jawoll, so. Jetzt darfst du noch deinem Bruder was sagen. Oder den Zuschauern. Er schwingt noch mehr nach Maggi als vorher. Er schwingt noch mehr nach Maggi als vorher. Ja, glaube ich schon. Ich glaube, ich habe ihn nicht gesagt. Ich bin... Okay, 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 okay. Hier war ja auch ein Leiter. Ja. Es gab hier mehrere Wege. Wärst du den langen Weg gefahren, hättest du diese Abkürzung hier nehmen können. Du wärst nämlich hinten rausgekommen. Okay. Aber wir wollen ja nicht Spoiler. Bisschen schade, weil ich habe ein Easter Egg unten versteckt. Aber okay. Vielleicht in der nächsten Folge irgendwann mal. Das war es mit dem Run. Wir gehen zur Siegerehrung. Spring mal runter. Die sind alle doof. Überweißen wir euer Geld. Überweißen wir euer Geld. Okay. Zur Siegerehrung. So. Also. Herzlich willkommen zur Siegerehrung. Bruder und Schwester. Den Bruder mussten wir eben gerade mit einem Nackenschlag wieder zurückholen, weil er nicht da war. Den hat sie auch... Stimmt doch gar nicht. Also du hast ihn gerade ernsthaft, weil der darin gesagt hat, gib ihm einen Nacken. Hast du ihm einen Nackenschlag gegeben. Natürlich. Proto. Geh von dem Fenster weg. Ich habe das genau gesehen im Augenwinkel. Er guckt wieder komisch... Da! Da guckt euch mal diesen Perversen an! Guckt euch den Perversen an! Okay. Kommen wir zur Siegerehrung. Also. Äh. Wo sind meine Teilnehmer? Hallo? Basti? Da bist du. Hallo. Also. Okay. Pass auf. Also. Erstmal möchte ich mal fragen. Wie fandet ihr den Parcours? Was war schwer? Was war doof? Okay. Was war doof? Lass mal weg bei der Folge. Aber. Was hat euch gefragt? War es okay? War es zu schwierig? Oder? War zu einfach. War zu einfach? Ja, war okay. Ja, okay. Also. Die Ausschilderung war etwas blöd. Also. Ich wusste ab und zu einfach nicht, wo es hingeht. Weißt du? Ja, das haben wir gesehen. Wo es das einfach nicht beruhigen solltest. So. Ähm. Ja. Also. Ich weiß schon, wer gewonnen hat. Und wer es hier übelst verkackt hat. Und ich weiß, dass einer von euch beiden heute Abend den anderen schla... Kannst du mal aufhören, mein Haus zu... Misshandeln? Dankbar. Nein. Ich habe mich selbst massakriert. Oder so. Der Pfeil ist auf mir selbst gelandet. Ich finde das sehr lustig. Du klingst wie ein... 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 Das Knacken-Mitglied, was ich kenne. Ihr hört euch so ziemlich identisch an. Das finde ich sehr gruselig. Okay. Ja, ist gut. Läuft. Läuft. Passt. Okay. Also. Siegerehrung. Wer war zuerst gelaufen? Der Basti. Jetzt versaut die hier mal. Räum das auf! Okay. Also. Basti ist zuerst gelaufen. Hallo. 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 Basti. Komm her. Kommt mal ran gerutscht, Leute. Kommt mal ran gerutscht. Wir wollen kuscheln. Das ist zu... POTO du nicht! Der ROTO auch nicht! Ey, Leute. Ihr seid zu nah dran. Das sagt jetzt gerade aus, als hättet ihr euch geknutscht. Was? Warum macht ihr das? Es sind meine Kandidaten weg. Ey, Leute. Ich weiß zwar, dass wir es hier ein bisschen witzig gestalten wollen. Aber ey, kommt mal runter. So. Jetzt. Schokolade ist schon mal wieder da. Und Basti ist auch wieder aufgetaucht. So. Also. Also. Kommen wir zu den Zeiten. Basti. Du bist zuerst gelaufen. Was zum Teufel? Du. Deine Zeit ist 5 Minuten und 11 Sekunden. Merkt ihr das schon mal? So. Und Schokolade. Deine Zeit war 2 Minuten 59. Schokolade hat ihrem Bruder voll fertig im Haus. Wie hat die denn auf die Platte getroffen? Die hat genau Bullseye geschossen. Das wirst du dann sehen in der Aufzeichnung. Oder wenn wir die Folge hochladen. Die hat dich weggesmoked, Dude. Fertig gemacht. Das ist ja fertig. Jetzt weiß er gar nicht, was er dazu sagen will. Nein, warte, dein Schild. Ja, okay. Das hatten wir in der letzten Folge schon. Wir ignorieren das jetzt mal einfach. So, ihr könnt eure Schilder anbringen. So, herzlichen Glückwunsch, Schokolade. Welche Zeit hatte ich nochmal? Deine Zeit war 2,59. Oh je. Ja, nein. Auf keinen Fall. Hallo Proto, der sich wieder ins Bild schleicht. Hier, unser Basti braucht nochmal ein neues... Hör auf, so blöd zu nicken. Unser Basti braucht nochmal ein neues Schild. Der hat es nämlich versaut. Hör auf deinen Haaren entgegenzustrecken, Mann. So, Schokolade, schreibt ihr Rezelt. Jetzt hör auf, mich abzuknutschen, Mann. Das ist ja so, ich kündige, ich hör auf. Das war's. Wer macht da mein Glas kaputt? Oh. Ich bräuchte ein Schild, Mann. Gib ihm doch endlich mal ein Schild, verdammte Scheiße. Ja. Ja, da liegen sogar 2. So, jetzt bring dein Schild an. Deine Zeit war 5 Minuten und 11. Proto macht in der Zeit nochmal Heile. Angemelde bitte seriös die Folge beenden. Ich kann nicht mehr. Oh, Mann. Eigentlich solltest du deinen Namen auf der Sch... Ach, nee, Schoko. Ja, gut, okay. Bei Schoko wissen wir, wer gemeint ist. Vielleicht passt der Name ja auch nicht aufs Schild. Kannst du mal vor dem Schild weggehen, bitte? Oh Gott, also, nee, diese Folge, Katastrophe. Ja, lass dir Zeit, wir haben alle Zeit. Alle Zeit. Deine Schwester hat dich zwar fertig gemacht und ein bisschen Zeit gespart dadurch, aber... Jetzt sind wieder alle Unsichtbär. Äh, Bär. Unsichtbär. Nee, ich nicht. Nee, du nicht. Boah, fertig. Oh, okay. Mal gucken, was er geschrieben hat. Was? Wer das liest? Scheiße. Klassiker. Okay. Okay, also. Danke, dass ihr dabei wart. Ähm, Basti... Leute, ich kann so nicht mehr arbeiten mit euch. Das war's. Mindfactor 4 ist vorbei. Danke fürs Teilnehmen. Und mein Staff, meinen Mitleuten, den werde ich erstmal ordentlich in den Arsch treten. Das war's. Ja, das war's mit Mindfactor. Episode 4. Wir werden, oder ich werde gleich noch ein paar Outtakes nach den Credits zeigen. Äh, was hier so schiefgelaufen ist. Ist nicht viel, aber vielleicht findet ich's ganz amüsant, was hier so alles in die Hose geht. Ähm, zum Beispiel in der Folge. Es war vieles neu. Kommando-Blöcke und so weiter. Und alles mit Redstone und so weiter. Also, wir lernen noch. Wir sind immer noch in der Findungsphase. Dann hab ich noch eine Sache... Zwei Sachen zur Ankündigung. Da ist wieder ganz schön viel hier. Samba, Baby. Bauchtanz. Mh, 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 mh. Mh, mh, mh. Okay, okay. Immer mal mitspielen. Also, ähm... Es wird ein ZKF... ZKF-Fan-Up Community-Minecraft-Server geben. Da können viele Leute draufjoinen dann. Da werde ich mich ab und an mal blicken lassen. Da wird Proto die Admin-Tätigkeiten machen. Ich weiß noch nicht, was es da so geben wird. Ich werde es aber bekannt geben, wann der öffentlich zugänglich ist, auf meiner Facebook-Seite, die ihr gleich in den Credits seht. Da ist der Link in der Videobeschreibung sowieso. Wenn ihr die lesen würdet, hoffe ich doch mal... Jetzt schreibt mir Derderon, komm mal TeamSpeak, schnell. Nein, ich mach grad leider das Outro für... Ähm... Für, 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 für... Mein Faktor... Ich hab wieder einen Hänger. Scheißegal. So, äh... Wir haben das mit dem Server geklärt. Community-Server, einen öffentlichen Server, wo jeder drauf kann. So, viele fragen mich nach der Download... Nach dem Download dieser Maps hier für... Minecraft. Und, äh... Das geht noch nicht für Mein Faktor, weil... Wir alle Folgen in der Staffel erst fertig machen werden und dann die komplette Map mit allen Parcouren zum Download geben. Und dann hab ich noch eine Sache. Ich find's super nett, dass ihr alle helfen wollt beim Streckenbauen. Das ist aber, wie gesagt, noch ein bisschen schwierig, denn wir wollen erstmal unseren eigenen Flair finden und dann in Staffel 2 eventuell nehmen wir Leute mit rein. Und, ja, auf dem Community-Server werden wir vielleicht auch noch was bauen, sodass ihr da eventuell Streckenteile bauen könnt, die wir dann eventuell übernehmen oder so. Ich weiß noch nicht, wie's läuft, aber okay. So, Folge 5 soll dann auch demnächst aufgezeichnet werden. Für die könnt ihr euch allerdings nicht bewerben, weil das ein Special wird. Und, ähm... In Episode 6 könnt ihr aber wieder mitmachen. Da könnt ihr euch schon jetzt bewerben. Schreibt einfach in die Kommentare. Ich will in Folge 6 mitmachen! Ja! Oder was weiß ich. Und... Dann haben wir das... Geklärt. Ja, ich hab jetzt alles. Ich bin fertig. Äh... Die Folge war sehr anstrengend. Ja, okay. Okay, dann sehen wir uns in Episode 5 wieder mit dem Mindfactor-Spezial. Tschüss! Uh, 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 oh, 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 okay. Das sollte ein bisschen dramatisch aussehen, hat aber nicht funktioniert. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. White out! Ich mach die Nacht. Können wir alle線? Ja! Untertitelung des ZDF, 2020